Moin, FlexDoc hier. Die HyperX Haste in Wireless ist da. Es gibt kaum eine Maus, die wir mit weniger Spannung erwartet haben als diese. Das klingt jetzt negativ irgendwie, ist es aber absolut nicht. Auflösung nach dem Intro. Die verkabelte HyperX Haste ist irgendwann Ende 2020 überraschend erschienen und hat sich ganz oben in unserer Topliste platziert. Anderthalb Jahre nach erscheinen ist sie immer noch auf Platz 4 bei den symmetrischen Mäusen zusammen mit der Rocket Burst. Warum hält sich dann unsere Begeisterung für eine kabellose Haste in Grenzen? Tja, das ist vermutlich sehr ungerecht und wir schämen uns auch ganz dolle dafür. Aber die verkabelte HyperX Haste tat sich besonders durch das beste Flexkabel aller Gaming Mäuse hervor. Das Kabel ist so flexibel und leicht, dass wir der Haste als einzige Maus in unserem Test die fast gleiche Punktzahl beim Kabel wie bei einer Wireless Maus gegeben haben. Denn das beste Kabel ist immer noch kein Kabel. Auch sonst konnte die Haste weitestgehend überzeugen. Die goldenen TTC Switches mit sehr guten Human Benchmark Testwerten, die sehr neutrale Gehäuseform mit geraden Seitenteilen, ein sehr gutes Scrollrad, kleine aber sehr taktile und perfekt positionierte Seitentasten mit kaum Pre-Travel und zum damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt die Regel, ordentliche Glides. Einziger Kritikpunkt und das allerdings in Anführungszeichen war der 3335 Sensor mit einer hohen DPI Deviation. DPI Deviation bedeutet DPI Verschiebung und besagt in diesem Fall, dass zum Beispiel eingestellte 800 DPI in der Maus real ca. 935 DPI sind. Das ist kein Beinbruch, da man ja in aller Regel ingame die Maussensibilität anpassen kann, um die gleiche Zentimeter zu 360 Grad Ratio zu haben wie gewohnt. Allerdings gibt es schon bessere stromsparende Sensoren wie zum Beispiel den 3370, der eine geringere Fehlerquote und viel wichtiger eine höhere Framerate besetzt. Der 3335 ist und bleibt ein Billig-Sensor. Trotzdem ist der 3335, der auf dem 3360 basiert, ein sehr guter Sensor. Der bekommt halt nur nicht die volle Punktzahl in unserem Test wie zum Beispiel der 3370. Die Unterschiede sind aber gering. Die berechtigte Frage, die sich jetzt stellt ist, was kann man da noch groß besser machen? Es gibt einen Haufen Mäuse, wo man sich wünscht, wann kommen die endlich in Wireless? Mäuse, die so gut sind, dass sie eigentlich nur noch das Kabel etwas stört. Ein paar Beispiele, okay, Rocket Burst, Razer Viper Mini, Endgame GXM1, wobei letzter natürlich auch ein sehr gutes Kabel hat, aber speziell bei Razer und Rocket Mäusen wünscht man sich doch das Kabel weg. Und dann natürlich noch alle Zoe und besonders Vaxi-Modelle, die wegen dem Shape und natürlich wegen der Marke an sich eine recht stabile Fangemeinde haben, die sich als kabellose Version gewünscht wird. Aber bleiben wir fair, natürlich schadet auch eine HyperX Haste nicht, kein Kabel zu haben. Wenn, und das ist ein dickes Wenn, wenn es nicht zulasten der niedrigen Klicklatenz geht. Also, wenn sich diese in der Wireless-Variante nicht erhöht. So war das auch das Erste, was wir getestet haben. Und, was soll ich sagen, die Haste Wireless liegt auf einer Linie mit der verkabelten Version bei sehr guten 162 Millisekunden. Normalerweise muss man auch bei sehr guten Wireless-Versionen von Mäusen damit rechnen, dass die Klicklatenz um 4 bis 5 Millisekunden höher liegt, als bei ihrem verkabelten, baugleichen Pendant. Ausnahmen sind hier Razer und Logitech, Mäuse mit ihrer Funktechnik und zum Beispiel Glorius, die als Erste mit Razer und Logitech gleichgezogen haben. So, und jetzt halt auch die Haste Wireless. Also, die einzige wirklichste Sorge, die wir hatten, war unbegründet. Puh. Zweiter Punkt, der wichtig ist, ist der Sensor. Entscheidet sich HyperX nun in der Wireless-Variante für einen 3370? Nein, leider nicht. Es wurde wieder der 3335 verbaut und auch die DPI-Deviation ist weiterhin vorhanden. Das Gute ist, wenn man von einer Haste mit Kabel auf eine Haste Wireless upgradet, braucht man die In-Game-Sense nicht anzupassen. Davon abgesehen arbeitet der Sensor aber wie gewohnt hervorragend, so gut wie kein Motion-Delay und eine sehr stabile, bei 999 Hz gekappte Polling-Rate. Sehr gut. Alles das haben wir natürlich bei jeder Maus nach dem Update mit der neuesten Firmware getestet und in der Software kontrolliert, ob alle Werte optimal eingestellt. Also, gegebenenfalls die Debounce-Timer auf den niedrigsten Wert, Polling-Rate auf 1000 Hz und so weiter. Noch zu erwähnen ist, dass man bei der HyperX Haste Wireless wie auch bei der verkabelten Version den DPI-Button oben umprogrammieren kann, wenn man eine On-The-Fly-DPI-Umstellung nicht wünscht. Ich nutze die DPI-Tasten oben auf Mäusen sehr gerne für Free-Look in-Game. Zum Firmware-Update muss man wissen, dass die Maus mit Kabel an den PC angeschlossen werden muss, um das Update zu machen. Dann erst wird der Dongle upgedatet. Es geht zwar alles automatisch, aber wenn man nicht per Kabel anschließt, hagelt es Fehlermeldungen. Das Gewicht ist auch noch so ein Punkt, wo man bei einer kabellosen Maus Angst haben muss, dass der Hersteller hier etwas verbockt. Bei den nur 62,9 Gramm der Haste Wireless kann man das hier aber nicht sagen. Nur 4,6 Gramm schwerer als die verkabelte mit ihrem 58,3 ist absolut im Rahmen. Eigentlich schon sehr gut, wenn man berücksichtigt, dass wir die Wireless Haste in Weiß vorliegen haben, also die Wireless Version. Die verkabelte aber in Schwarz und Weiße Mäuse sind immer etwas schwerer durch den UV-Schutz im Material, damit die Gehäuse nicht mit der Zeit vergilben. Fassen wir die Specs mal kurz zusammen. Beide haben den 33-35 Sensor, was in Ordnung geht. Beide haben eine DPI-Deviation von ungefähr plus 135 DPI. Switches sind bei beiden TTC Gold, welches eine unserer liebsten Switches sind und unserer Meinung nach vollkommen underrated. Das Gewicht ist bei 58,3 Gramm bei der verkabelten Version in Schwarz und bei 62,9 Gramm bei der weißen Wireless Variante. Die Maße sind mit 124 x 38 x 67 natürlich identisch. Beim Preis liegt die Haste verkabelt zur Zeit bei 47 Euro bei Amazon. Die HyperX Wireless liegt im HP Shop bei 100 Euro mit Gutschein bei 70 Euro. HyperX wurde ja von HP aufgekauft. Lustig ist, dass die verkabelte Haste auf der HyperX Website aufgeführt ist, die kabellose aber nicht. Die findet sich nur im HP Shop. Im HP Shop findet man dann aber keine verkabelte, zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Klingt irgendwie nach sauberem Schnitt zwischen HyperX und HP oder so. Scrollrad, Seitentasten und Gleit sind wie auch schon bei der Haste verkabelt sehr gut. Gleits sind recht klein und kann man gegen Corepads tauschen, muss man aber nicht unbedingt. Jedenfalls gleiten sie sehr gut und es gibt auch keine Probleme mit rauen Pads. Unser Fazit zur HyperX Haste. Die Haste verkabelt war schon eine der besten Gamingmäuse, die man kaufen konnte und auch heute immer noch kann. Besonders bei den symmetrischen Mäusen hat sich außer der Katana Superlight von Ninjutsu keine Maus in den letzten anderthalb Jahren vor die Haste schieben können. Die Haste Wireless leistet sich keinen Fehler und schließt nahtlos an die Qualität der verkabelten Schwester an. Die Gesamtklicklatenz ist genau wie bei der Haste verkabelt. Gewicht liegt trotz Akku im Rahmen bzw. ist eigentlich sehr gut und liegt im Rahmen von 60 bis 75 Gramm, was so für die meisten Gamer die passende Range sein sollte. Für hohe Agilität, durchgleichstes Gewicht und noch ausreichend Gewicht für eine funktionierende Nervenreizleitung zum Gehirn. Also eine gute Kontrolle. Die Gehäuseform ist sehr neutral und für viele Gridstyles passend. Auch wenn die Optik vielleicht etwas an einen Arztschuh erinnert, so ist das ja sicher Geschmackssache und vor allem nicht wichtig. Nicht wahr? Auch in Nebenschauplätzen, die Skollradseiten, Tastung und Gleits macht HyperX oder muss man jetzt sagen HP, keine Fehler. Hm, nee, sagen wir lieber HyperX bei HP und keine Fehler in einem Satz. Das kann man nicht machen. Wie auch immer, die HyperX Haste Wireless bekommt eine absolute Empfehlung von uns und ist eine der Mäuse, die man ohne die geringsten Bedenken jedem empfehlen kann. Die Haste verkabelt war schon eine der unterbewertetsten Mäuse, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, was sicher auch am kaum vorhandenen HyperX Marketing lag. Und ich befürchte, dass sich das hier bei der Haste Wireless so fortsetzen wird und wir mit unserem kleinen Kanal daran nichts ändern werden. Mich würde interessieren, was ihr von der Haste verkabelt oder Wireless haltet und ob ihr euch ein Upgrade von Kabel auf Nichtkabel machen würdet oder ob ihr es für nicht nötig haltet. Schreibt es uns bitte in die Kommentare und liked und subscribed. Ihr kennt das ja. Backstocks, over and out.